Hallo, heute heißt es wieder Lufa You und Pity Pets. Wir machen die Chubby Buddy Challenge heute. Wie ihr im letzten Video vielleicht gesehen habt, haben wir selbst Pomme eingekauft und solche Hamburger. Aber meine Mutter hat doch unten Marshmallows gefunden. Finde ich eigentlich ganz okay. Finde ich ganz okay. Nein, finde ich eigentlich super gut, weil mit Pomme hätte das nicht so richtig funktioniert. Ja, weil es dann schmilzt im Mund. Ja, das schmilzt dann so im Mund und dann bricht das und das ist einfach eklig. Und jetzt machen wir das mit Marshmallow und dann fangen wir an. Ja. Du zuerst. Okay. Chubby Bunny. Ich muss jetzt lachen. Warte, warte, erst wenn ich drin bin. Ja, ich hole mir doch nur eine. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich glaube, ich muss gleich kotzen jetzt schon. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Oh, ich habe es ausgespuckt. Ich trau das jetzt. Das ist so dumm. Ich mache mich jetzt lieber mit Pumbeer. Lieber mit Pumbeer. Vor allem noch Kuckse. Jetzt weiß ich, wieso. Wieso? Wieso kannst du? Ich stelle beim Essen zu sehr wenig und schlecht. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Nimm dir deinen Pumbeer. Ich habe gewonnen, du hast verloren. Ich habe gewonnen, du hast verloren. Jetzt machen wir das nochmal mit Pumbeermann. Inwiefern vom Marsch? Ich mache mir das nochmal mit Pumbeer. Frau. Und du hast mein Gerät, wenn du das nicht glaubst. Selbst das können wir nicht. Aha! Das geht gar nicht. Jetzt gehe ich mal der anderen Seite. Okay, das geht jetzt nicht, weil vom Marshmallows wird mir wirklich schlecht. Das ist so perfekt, aber vom meins nicht! Okay. Mein Bär ist sogar ganz. Meiner nicht. Okay. Eins, zwei. Was soll ich dir essen? Komm, wir sagen Chubby Bär. Oder soll ich dir essen? Chubby Bär. Chubby Bär, genau. Chubby Bär. Oder Pumbeer. Pumbeer. Genau, wir sagen Pumbeer. Okay. Wer fängt an? Ich. Aber nicht kaum. Du kannst jetzt... Pumbeer. Oh, Alter. Das muss man klein machen. Das tut weh. Pumbeer. Oh. Ich muss jetzt nacken. Ich muss das klein machen. Pumbeer. Was ist denn? Pumbeer. 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 Warte. Oh, das ist ja voll und viel einfach. Weil der Geschmack ist so lecker. Pumbeer. Ein Gänzer Bär. Du musst die Kinder machen. Das schafft man nicht dann. Pumbeer. Auch mit Bocken. Pumbeer. Das mit die Marshmores war viel besser. Was? Das mit den Marshmores war ein bisschen schwieriger als bei dir. Hätte ich mal dran. Oh. Pumbeer. Echt so. Pumbeer. Der Mund hat noch sehr viel Platz. Pumbeer. Pumbeer. Du bist dran. Der Mund ist normal. Ich kann noch was getreten. Der Mund hat noch sehr viel Platz. Pumbeer. 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 Dann pack es ab. Pumbeer. 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 Ich mach alles auf meine Seite. Pumbeer. 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 Ich glaube das wird lange dauern. Pumbeer. Pumbeer. Ist gleich leer. Ist gleich leer. Pumbeer. Da stehen wir jetzt mit Band ganz schön Bären. Ja. Pumbeer. 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 Der Maffel läuft. Pumbeer. 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 Ich hab nicht so einen großen Mund, irgendwie. Du musst doch schon Pombäer sagen, ne? Ich hab nicht so einen großen Mund, sondern ich hab nicht so einen großen Mund. Nein, du hast doch mein Trinken gefallen. Es geht nicht mehr. Ich mache hier im zweiten Teil also eine zweite, also Part 2. Das war's mit dem Video und jetzt ist es wieder, wenn es heißt... Lufo, Lufo. Lufo, Lufo. Pombäer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020